Die Frontenbreiterformation Steiner Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt Das bleibt nicht mehr Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Butter Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier Spargen sind mein Befehl zu widersetzen! Oh, meinst ich das, Alter? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmaleraktion nur verhindert! Es hat mich jeden nur effektiven Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Um jahrenden Allerhöheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Dann sind wir sehr gut! Dann sind wir sehr gut!